jo meine lieben leute willkommen jetzt zu einer neuen challenge hier auf meinem und gusos kanal der ist nämlich heute auch mit dabei und zwar haben wir uns heute so ein bisschen was neues ausgedacht oder was heißt was neues ist halt auch so ein bisschen loot challenge mäßig und zwar wenn wir schauen wer schneller 10.000 ja 10.000 ganz genau 10k dark elixir ganz genau es geht nämlich darum einfach nicht nur dieses standardmäßige wer bekommt mehr obwohl das natürlich auch ziemlich nice ist grundsätzlich klar aber wir wollten einfach mal wirklich die sache ein bisschen ja toppen und haben halt gesagt okay kommen wir sind beide in bist du wirklich nicht dass du mich wieder verarscht hast du bist ein penner ja passt aber das ist okay auf jeden fall hier feiere ich natürlich schon mal schön null gespendete truppen sehr gut du hast es nicht drauf okay aber egal also wir haben uns jetzt unseren stand notiert also ich bin momentan bei 72.013 dunklem elixir und sobald einer von uns 10k mehr hat dann wird die challenge abgebrochen und mal gucken wie viele jahre das so dauert auf die plätze fertig wir satteln die hühner und es geht los ja ich könnte natürlich jetzt einfach mal richtig easy meine vollen minen und sammler einsammeln vom dunklen elixir werde ich natürlich jetzt fairerweise nicht machen alter ich habe ich habe gerade gedacht das ist nicht dein ernst jetzt richtig easy einfach schon mal weil so genau ich habe schon mal glück ich habe schon mal richtig glück ich habe nämlich jemanden der mir draußen definitiv erst mal sechs abora schenkt und die nehme ich natürlich mit auch wenn ich dann gegen ihn grundsätzlich denke ich mal verlieren dürfte aber die musste ich einfach mitnehmen ich habe jetzt auch einfach mal queen walk am start ich habe zwar keinen plan wie man das benutzt habe noch nie damit angegriffen aber ist halt auch richtig easy wisst ihr ich bin hier so der jemand der nie angreift gegen den ultra dark elixir farmer schlechthin ist halt auch so ultra dark elixir farmer einer hör doch mal bitte auf so krass ist es ja nun doch nicht bei mir ich habe 4k dunkles schon nice so du willst mich der hatte der hatte sein lager draußen stehen alter ich hasse dich ich hasse so jetzt hier nehmen wir erstmal ein earthquake spell und hauen ihn mal schön auf unsere auf den sammler des gegners meine meine zuschauer hat sich gerade so gedacht was labert der der greift da noch nicht mal an ach so der hat aber wirklich 5k bitte sagt alle sammler oder ja alle also bei mir wie gesagt also ich renne jetzt eben auch außenrum und von daher geht das hier ganz gut ich denke mal zwar jetzt werden die die heiler hier richtig gut abbekommen aber egal und ich probiere es natürlich den ligabonus noch mitzunehmen weil der ist halt nicht zu vernachlässigen ich meine da habe ich da noch mal über 1k drin echt 1k kriegst du da wo das ist ja über über glaube ich das scheint hier gut zu laufen ich bin bei 26 prozent klar die zeit zählt natürlich klar aber wie sieht es bei dir aus hast du schon angegriffen ja ich greife gerade an sieht aber ganz schön kacke aus klar ist ein angriff von dir junge weil ich habe halt gedacht ich hole mir so easy diese diese minen und es lohnt sich jetzt weiter zu machen ich hole mir easy so die bohrer wohl einfach mal so 60 elixier nein so dunkles elixier einfach mal weil ich einfach nicht alle truppen setzen wollte aber irgendwie ist es hier gott als ein bisschen daneben gegangen ja so ein bisschen aber nur so weiter kann jetzt nicht mal irgendjemand sein lager oder so jetzt hier draußen ja genau stellt doch einfach mal einer sein lager raus genau ist alles für diese challenge könnte man aber auch mal bringen man könnte sagen alles hat 200 zu den ganzen abonnenten und dann jeder stellt sein dunkles raus nach dem motto und du rennst dann nur noch außen rum zack 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 das wäre ziemlich nice und dann heißt es auf jeden fall 100k in einer stunde oder so video das gibt es doch jetzt nicht jemanden jetzt find doch mal irgendeinen drecks gegner mann also jetzt mich schon bei 43 prozent immerhin ja und habe halt schon ich denke mal so knapp 2k an dunklen schon mal gehabt weil die bohrer halt alle schön gemäxt waren und auch relativ viel drinnen hatten also das passte schon so ich habe auch schon so 60 dunkles abend also bei mir rennt gerade auch richtig die wand hoch die waren durch junge es muss jetzt irgendein gegner kommen nein inaktiver gegner 500 von beiden plus 600 6600 dunkles sehr gut das gefällt uns nein das und wie gesagt da muss man halt eben sehen ich meine diese jacks hat es halt einfach nicht so drauf von daher muss er einfach ein bisschen den ja kloppi bonus bekommen und dann ist das schon richtig ist aber hier am besten mit diesem scheiß queen gedöhnt ja der mienwerfer schießt alle meine scheiß mauer breakers ok die jetzt setzen wir hier drüben die queen alter was mache ich denn hier gerade ich bin schon bei 60 prozent immerhin und habe jetzt nur noch drei sekunden kann der king jetzt auch mal irgendwas raffen oder wie ich hab den king gar nicht bei mir oh ja er geht zum dunklen schon mal hin bam okay das war jetzt schon mal sehr schön die königin sollte den anderen dunklen bohrer holen so das ist nur die frage wo ist der andere dunkle bohrer bei meiner map ah der ist da ja wow wie komme ich da jetzt hin so ich gucke mal gerade wie es ausschaut neun helden und die ganzen heiler dahin und dann die königin läuft da lang und dann setze ich einfach hier jetzt komm mach irgendwas technisch aussieht ich habe zu viele mauerbrecher meine königin stirbt so der neue held könnte jetzt auch mal irgendwas vielleicht schaffen das wäre auch mal ganz cool kommen neuer held ich weiß dass du richtig schwach und kacke bist aber wie findest du den ac ich habe ihn halt jetzt erst auf level fünf deshalb irgendwie macht er noch nicht so viel ich habe ihn gar nicht er macht schon ein bisschen support oh ja er holt jetzt schön das dunkle hier noch weg nein ich krieg alle bohrer auf jeden fall habe da fällt aber auch wirklich alle meine helden verschwendet aber zum glück nicht alle meine zauber und jetzt kannst meine bildschirmübertragung annie spielst du ja bloß text doch oder ne 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 ach so du spielst du spielst du das ipad ja genau alter 500k loots wäre natürlich jetzt richtig nice gewesen aber ich habe halt easy 4k dunkles ungefähr weg nach 4k ist nice ich bin gerade bei 2,8 aber immerhin auch sind wir ehrlich 2,8 ist jetzt auch nicht so verkehrt ich warte ein bisschen weil ich will meine truppen nicht gem muss ich ganz ehrlich sagen okay ja wieviel jams hast du ich habe fast gar keine jams mehr was denn das ist jetzt gerade ein bisschen ich brauche verstärkung ja komm ich gebe dir zwei mauer ich habe jetzt einfach mal den boost rein einfach mal ganz gediegen ja nee da ist recht also boost ist natürlich ganz klar die sache die halt sein mit den helden das ist das ding ich habe nur einen held ach so also jetzt die queen in dem fall weil der king halt wieder schlägt und 10k das heißt jetzt einfach noch so ein 6k dunkles elixier halt dann hast du das schon wieder gemacht oder was habe ich schon wieder gemischt ja ich hatte gerade ein alter digger das war eine millionen luke ich habe halt einfach gar nichts geholt von dem ganzen anderen das ist schon ein bisschen ärgerlich ganz klar ich sehe gerade ich kann wieder angreifen und das mache ich jetzt schade der hatte so richtig schön der weiß der hatte 600k von beiden ich habe gerade mal 80.000 aber du hast sechs du hast 6k die election bekommen richtig 4k 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 ja okay ist trotz von 6k also das ist aber auch nicht schlecht das ist auf jeden fall ganz in ordnung ja und wie gesagt ich stehe halt wirklich in dieser zwickmühle dass ich halt sagen muss gut okay relativ viel loot ist natürlich geil wenn ich aber wiederum halt den bonus noch mit dazu bekomme den darf ich halt nicht vergessen also ich darf jetzt nicht sagen oh cool die 2k habe ich sicher und den rest kriege ich halt nicht dass wir halt eben auch so ist auch dumm ja stimmt schon in deinem fall zumindest bei mir gibt es ja nicht so naja komm aber so wenig jetzt bei dir auch nicht in den meister ja aber ich habe ich weiß ja nicht ob es mehr oder weniger rendiert wenn man da so lange wartet auf die truppen anstatt halt hier habe ich auch wieder ah der hat wieder die bora zur hälfte voll aber ganz ganz wichtig hat halt wieder nicht gemäxte bora ja weißt du selber hast du garantiert auch schon das problem dass bohr geil bora total voll total voll eskalation und dann stehst du da und denkst dir ja schade die waren nicht gemäxt ja alter nein 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 das glaubst du mir nicht 700k gold 328k du elix und 7 6,9 k dunkles aber aber der hat natürlich der hat natürlich richtig hard alles am start trotz hat den inferno ja bloß ich was will ich mit dem anderen loot ich brauche ja nur das dunkle ja klar aber du musst halt wenn du so lang ganz dunkler an kommst ist ja no problem das ist das problem du kommst ich glaube nicht dass ich daran komme genau ich mache das einfach sehr hart egal in der mittel auf seinem rüttel der sieht aber kann ich komme ich da zum dunklen 6,9 k alter das ist so hardcore ist hat meister jetzt hier einfach mal rein ich boost meister jetzt hier einfach mal übelst rein ist mir jetzt mal voll waintrain mann so wie ich wusste ich hoffe ich hoffe ich hoffe er hat ein 25er king ich meine der auch ein paar heilern so können wir sind die sind die bohrer voll ist jetzt ja an mein gott ich habe gerade den größten jump fail in meinem life gebracht man so jetzt ragen wir hier einmal näher ins dunkle lager kommen wir nicht das bezweifle ich stark also das dunkle lager kriege ich hier auch nicht und ich habe auch nur zwei bohrer gesnackt aber ich snack mir halt den zusätzlichen nut noch aber ich muss halt wieder dazu sagen ich verliere natürlich gegen den den angriff das heißt also ich kriege halt wirklich kein liga bonus habe ich das natürlich schon weh momentan ich muss ganz klar sagen es ist grad kritikal bei mir so komm gehen wir einfach direkt wieder in den angriff ja immerhin 2,7 k das gute ist halt echt die leute haben meistens ihre bohrer voll einfach weil die halt extrem schnell sich auffüllen ja das ist eigentlich ganz nice damit die bohrer die dunklen elixierbohrer können man eigentlich ach so denke bitte daran nicht deine dunklen bohrer abzusammeln klar klar nee nee sowieso nee 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 es ist nicht nicht dass du sagst auch hier noch fürs loot video ja aber es man man du weißt selber man klickt da so schnell drauf ach ja hier kommt zack eingesammelt und fertig ja ich deshalb habe ich auch alles extra oben in die ecke geplaced okay das ist da drei mauer brauche ich noch irgendwie das kriege ich nicht ja aber das ist halt wirklich wie gesagt also ich wollte eh runtergehen von daher tut es mir jetzt nicht weh aber ich meine wenn man natürlich den bonus noch bekommen kann nimmt man den natürlich gerne mit auf jeden fall ja ganz klar aber ich also momentan komme ich überhaupt nicht mehr voran ja aber komm du kannst auch nicht nur nur abliefern ja doch eigentlich halt nicht schlecht wäre halt nice wenn ich jetzt einfach mal so ein 6k ultra loot mega krassen die nice dass sie doch erzähl 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 4k dunkles mit einer relativ wachen basis kriege ich das irgendwie hin ich habe meinen helden kommt also ans lager bezweifle ich dass ich komme aber ich kann mir ich denke ich denke mir wirklich einfach wieder hier die sammler ganz gediegen ich bezweifle ich muss sagen ich muss ich muss hier ich bin ganz fair ich habe einmal abgesammelt ich habe mir die jetzt aber notiert ich habe jetzt 16 nee weil das ist einfach wirklich dann braucht man es nicht machen wenn du einen vollen sammler hast hast du einen vollen bohrer ist instant das war es halt ich bin jetzt bei über 5k schon was echt ja das ist über 5k 5,4k also es ist jetzt so schlecht nicht das ist critical dann ich habe noch zwei mit arschknapp dann zwei rage spells der zauber habe ich momentan fast also wirklich gar keine ich glaube ich werde die gem aber die space sind halt besonders teuer also ich habe gar keine gems jetzt mehr so die queen kommen ragen wir die queen doch ein 1 er ist auf jeden fall tegen ja guck mal hier mit einem angriff 800 dunkles ist halt extrem schwach ganz klar ja was ist halt ich meine guck mal man muss halt wirklich dazu sagen du kannst es halt auch nicht also von daher von daher wahrscheinlich ich weiß schon was du meinst du hast es halt echt nein das ist halt echt danach geht man ja auch normalerweise nicht dass man halt sagt gut okay kommen besonders wenn man jetzt so weit oben ist in anführungsstrichen dass man dann sagt gut okay ich werfe alles andere weg so jetzt gehe ich mal wieder kommen ich bräuchte jetzt einen krassen gegner noch mal irgendwie dass der sein lager draußen hat egal egal irgendwie aber das habe ich echt schon aber wiederum muss ich auch sagen ich habe da echt nicht darauf geachtet bei der in der letzten zeit ich habe dann wirklich es ist halt wirklich so du guckst dann nur noch auf die pokis wie läuft es wie läuft 2,1 seine sammler geboostet ist aber halt nur level 5 oder level 4 waren sogar 3,8 aber ich komme nicht ans dunkle ran 3,8 dunkles hast du geholt nee 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 ich komme aber nicht ans dunkle ran keine sorge alles safe alles safe 3,5 und es ist in den bohrern aber die sind sehr gut verteilt leider bei dem anderen wo ich jetzt gerade irgendwie 2 oder 3k gemacht habe da standen die alle drei nee nee standen zwei nebeneinander okay und die waren ratze patze voll und das ist natürlich mega geil jetzt gerade froh dass ich meinen strike nicht mehr hatte habe den ich vor einiger zeit noch habe hatte sonst hätte ich nämlich keine 20 minuten videos hochladen können okay wie wie lang war das erzähl mal noch bis ja das hat richtig schon rein also ich habe an sich nur 20 minuten videos konnte ich nicht machen das heißt war auch nicht so schlimm aber ich glaube ich habe scheißwerbungen sowas auch noch geschaltet bekommen also hat schon ein bisschen gesagt aber gut was soll man machen so schon wie kam es überhaupt erzähl mal ein bisschen aus der ja ich habe ein video dazu gemacht wie man eben auf clash of clans private server connecten kann ja und schwupps kam clash of clans und hat gesagt nee du und und dann haben die mich einfach mal weggestrikt die haben richtig schön den lifestyle genossen ich mag das so wie du abgehst jetzt komm wohl doch diesen hängen und ein sammler weg man was seiten hier für drecks barbaren ist man hat max barbaren die trotzdem einfach gar nichts raffen man das sind halt barbaren jungen jetzt kommt aber wie gesagt meine meinung zu barbaren hat sich auch extrem geändert also von daher macht es doch mal weg hier hat den könnten wir theoretisch und denn den bonus also das sind ja echt komplett versager diese barbaren hier doch ich mache ich ich mache den bonus ich mache den bonus klar und zwar ist es ein townhall neuner und ich also townhall neun kriegt man im grundsatz eigentlich immer mit queen walk mindestens die 50 prozent ich lege es jetzt auch nur auf die 50 prozent an weil ich das rathaus auf der anderen seite habe das heißt also beziehungsweise der gegner hat das rathaus auf der anderen seite und ich will ja aber eher aufs dunkle alter die mauerbrecher waren ja jetzt total fähig gedroppt von mir so kommen wir einfach wieder die truppen voll und direkt geht es wieder weiter so es gibt halt echt also ich hatte am anfang echt glück mit dem einen gegner dass ich da ordentlich was holen konnte weil das ist so also du musst halt wirklich instant weitergehen ganz genau das stimmt schon das muss sich halt richtig gut lohnen bei den townhall elbern kannst echt vergessen das dunkle lager da kommst du nicht ran das ist weggesweber gucke ich mal gerade ob ich jetzt eventuell noch den den die einheiten verwende nach cb aber eigentlich so wirklich bock habe ich darauf nicht da da könnte ich jetzt schon nee 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 es ist zu riskant alles cb action hier ja genau relativ weg am start bei dem snacker ich mir einfach jetzt mit ein paar bogenschützen einfach die die vollen sammler sind halt nur auf level fünf das heißt die bringen es halt auch nicht so wirklich aber es dauert halt einfach nicht lange weißt du ich ja 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 queen 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 geh nicht da und alter queen geh nicht da weil dann ist nämlich mein order der luftfeger ist wieder so übel du kennst es selber du kennst die situation oder oder arbeitest du gar nicht mit heilern eigentlich so gut wie gar nicht na halt wirklich es ist halt wirklich einfach so du sitzt halt da und denkst ja luftfeger luftfeger alles total für den hintern egal und dann sitzt du halt wirklich da und luftfeger schnürt ihr halt total die luft ab deswegen ja halt luftfeger ich bin gerade echt so ein bisschen fast schon verzweifeln wie sie gerade bei mir läuft du meintest heulen du bist das wort heulen zweifeln 9 wie auch immer weil es ich krieg halt einfach ich krieg halt einfach nicht wirklich viel rein ich krieg so 800 dunkles mit einem angriff rein das ist halt einfach nicht das wo nach ausschau halt oh der können wir jetzt ein bisschen aus der patsche helfen hat da ich glaube meine queen geht gerade wieder dauern doch da können wir jetzt ein bisschen aus der patsche helfen der queen bitte gehör gehör ja genau gut super jetzt nämlich meine queen wieder komplett geheilt ich habe noch mal schön alter 1100 plus ein tausender bonus immerhin aber der zählt nicht oder nee nee der zählt nicht und zwar geht es darum der dieser beute bonus nachdem wenn du fünf mal gewonnen hast der zählt nicht den lassen wir nicht rein das wäre ein bisschen sehr weil dann hätte ich schon gemakert ich weiß auch nicht glaube ich habe schon gemakert ach komm hör auf jetzt hör auf komm du sollst nicht so mit sowas über sowas witze machen so warte mal ich bin jetzt bei 7,6 was jetzt in der 7,6 k ach so aber wir sollten ja 10k mehr machen gell richtig dachtest du fünf stimmt nee warte mal bitte schnell golem ich glaube ich habe es schon komm hör auf also nicht ganz ich glaube mir fehlen 500 oder so ja immerhin 500 erzähl nicht dass die ich hau dich platt alter echt so wie viel hatte ich gesagt ich hatte doch 35.000 oder 500 oder so ja genau du sagst 35.500 jetzt sag nicht du hast 45.000 500 doch gerade eben gemakert hast du deine sammler deine bohrer leer gemacht nö ich habe jetzt sogar 46.000 schon okay du hast gewonnen ich habe es gewonnen alter krass ich habe den dunklen elixier master down gebetter erzähl erzähl bitte hier warte warte angriffs lock ja erzähl was was geht bei dir warte wir gucken mal rein letzter ist ja vor 14 minuten gewesen war das ist ja bei dir auch vor 13 minuten genau erzähl 4k geholt dann 1300 ja 800 also 900 ungefähr 1100 900 1200 und noch mal 800 wie oft hast du in der zeit angegriffen ich habe einfach die ganze zeit einfach nur die sammler mit den bogenschützen weggeraisert 5k ich habe drei angriffe nur machen können weil da 5k 6k 7k 8k 9k doch 10k krass also ja herzlichen glückwunsch also damit kriegt der diese jax die kleine medaille das hätte ich nicht gedacht das hätte ich absolut gar nicht gedacht weil jetzt mal bei mir sah es eigentlich auch echt gar nicht so verkehrt aus ich habe einfach richtig auf die ganze zeit angegriffen also also lief auf jeden fall wollen wir eine bestrafung machen ja oder nein ist mir eigentlich egal müssen wir nicht nö 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 aber war auf jeden fall eine richtig nice nummer auf jeden fall wieder mal ja ich würde einfach sagen ganz ehrlich die leute sie ist jetzt dran geblieben sind schreiben jetzt einfach mal was schreiben die in die kommentare hashtag diese jax gewinner dark nee hier hier 10er 10er mauer weil ich gerade noch mal eine 10er mauer gönne wer bis jetzt angeblieben ist schreibt in die kommentare hashtag 10er mauer ich bin mal gespannt ob das die leute machen wäre auf jeden fall mega nice doch klar es war jetzt nicht so boring ich meine das war halt mal was anderes man will halt auch mal ein bisschen und zwar vor allem close und jetzt bin ich jetzt stehe ich schön da mit 82.000 jetzt hätte ich nämlich auch die 10.500 hätte ich jetzt geknackt aber ihr seht es einfach mal also man kriegt halt also ihr wart jetzt live dabei man kriegt halt ohne probleme mittlerweile 10k in 20 minuten ohne probleme ist halt easy drin und von daher ist es einfach die ja was ist dein tipp dazu ich würde mal fast sagen einfach relativ hoch von der liga ja genau also das geht halt bin einfach mit bogenschützen am ende oder mit ein paar mehr truppen einfach habe ich die dunklen vollen sammler einfach die ganze zeit weggesnackt weil die meisten basen haben volle dunklen sammler und dann ja ist immer so weißt du ist halt immer ein k pro angriff aber du kannst ja die ganze zeit angriffe machen ja also das passt auf jeden fall ja ich würde einfach sagen wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden fall eine position da schaut beim grusort vorbei oder schaut euch einfach mal das ganze aus seiner sicht an link dazu ist in der video beschreibung würde ich einfach sagen sehen wir uns wenn es wieder heißt let's play clash of clans bis dahin bis dann tschau tschau